Ah, geht. Unsere Comedians tappen im Dunkeln. Was Problem? Ja, wir haben keinen Strom mehr. Ach, hier muss ich hin. Was ist passiert? Ich wollte mir eine Cola kaufen, die hatten keine, ich war sauer und dann habe ich gegen so einen Strom-Mast getreten. Ich war auch nicht in der Maske, also man sieht auch Pickel und so. Jetzt liefern sie erhellende Erkenntnisse. Eine Frau fragt man nicht nach dem Alter. Wie viel wiegst du? Stand-Up 3000. Blackout-Spezial. Nächste Woche Freitag, 0 Uhr auf Comedy Central Plus 1. Ja, Experiment.